super lief hallo ihr lieben da bin ich wieder ich weiß ich habe jetzt wirklich lang nichts mehr gepostet und ich wollte mich einfach mal melden ist alles gut es haben sich einige dinge verändert es werden sich einige dinge auf meinem kanal wahrscheinlich ändern ich habe einige dinge vor und ich möchte auf jeden fall wieder öfter posten und ich möchte natürlich auch wieder guten und kontinuierlichen content produzieren für euch es haben sich ein paar dinge geändert aktuell sind wir noch hier in der alten wohnung in wien wir werden in kürze aber aufs land ziehen in den nächsten zweieinhalb monaten und dafür gibt es natürlich schon unzählige projekte in meinem kopf die da herumschwirren die ich unbedingt machen möchte die ich gemeinsam mit meinem mann realisieren will und da werde ich euch einfach mitnehmen und ich hoffe euch gefällt das zusätzlich hat sich noch verändert dass ich meine stickmaschine verkauft habe das ist leider ein bisschen traurig für mich weil ich sie wirklich sehr sehr gern gehabt habe aber natürlich habe ich eine alternative und zwar habe ich mir zu einem plotter besorgt gebraucht aber und zwar einen cameo 2 und ein paar interessante dinge damit gelernt die letzten monate und auch hier möchte ich in zukunft ein paar videos posten wie ich gewisse dinge herausgefunden habe was mir am ende wirklich geholfen hat auch welche kolleginnen und kollegen auf youtube mir dabei geholfen haben oder auch offline geholfen haben da ein bisschen interessante dinge umzusetzen und da würde ich gerne mitnehmen wenn euch das gefällt würde ich mich über ein daumen nach oben freuen und ein paar kommentare unten natürlich was für konten ihr gerne sehen möchte und wo ich euch ein bisschen mitnehmen soll und dann freue ich mich auf die zukunft und dass wir viele coole dinge miteinander basteln und ansehen und ja das ist der plan ich freue mich auf euch alles gute bye